Hallo, ich bin die Karin, das ist mein Australien Shepherd Hund, der Max. Der Max, der ist drei Jahre und ich hatte schon seit längerem Zeit Probleme mit ihm an der Leine. Er ist teilweise sehr aggressiv an der Leine geworden, als er andere Rüder gesehen hat oder als sie bei uns in der Nähe vorbeigelaufen sind. Und ich habe schon in Berlin eine Hundeschule besucht und gegen Leiner Aggressionskurs. Habe da einiges versucht, hat aber nichts so funktioniert mit diesem Programm, das die mir da Angebote haben. Und jetzt bin ich nach Konstanz gezogen, habe mir eine Hundeschule gesucht und zwar Canis Konzept in Konstanz. Und die Yvonne hat mir mit ihrem BAT-Training sehr geholfen. In kurzer Zeit hat der Max also wunderbar gelernt. Wir können jetzt wieder auf der Straße ganz normal an Rüder vorbeigehen. Es ist keine Aggression mehr da und ist total stressfrei. Also ich bin total glücklich jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020